Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten elektrischen Liegesessel. Damit ihr schnellstmöglich einen guten Überblick über die besten Modelle bekommt, werden wir euch in diesem Video die wichtigsten Eigenschaften und Besonderheiten der drei Liegesessel vorstellen. Für weitere Infos zu den Modellen oder um auch diese zu bestellen, könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir euch alle drei Sessel verlinkt. Starten wir nun aber mit dem eigentlichen Video und auch dem ersten elektrischen Liegesessel. Das Modell aus der günstigsten Preisklasse, das wir euch empfehlen können, ist aktuell der elektrische Liegesessel M-Combo. Dieses Modell kommt nicht nur mit einer hochwertigen Kunstlederverarbeitung und einer sehr starken Polsterung, sondern auch noch mit vielen weiteren Funktionen. Zum einen kann man sich mit dem Sessel per Fernbedienung hinlegen. Dafür wird die Rückenlehne fast komplett zurückgeklappt und es kommt zusätzlich die Fußlehne nach oben. Zudem sind beim Modell aber auch acht verschiedene Massageknoten verbaut, welche Rücken, Hüfte, Beine und Waden massieren können. Zwischen fünf verschiedenen Massagemodi hat man hier die Auswahl. Zudem besitzt das Modell ein Heizsystem für zusätzlichen Komfort und eine Unterstützung bei den Massagemodi. Das alles kann man je nach Wahl auch individuell dazuschalten. Beispielsweise kann man nur die Massage oder nur die Heizfunktion benutzen. Alles ist hier wie gesagt über die mitgelieferte Fernbedienung einstellbar. Des weiteren besitzt dieser Sessel eine elektrische Aufstehhilfe. Bedeutet per Knopfdruck kann der Sessel hochfahren, was einem das Aufstehen sehr stark erleichtert. Damit ist das Modell auch super für ältere Personen bzw. Leute mit beispielsweise Knieschmerzen geeignet, die Probleme beim Aufstehen haben. Auch überzeugt das Modell durch ein seitliches Ablagefach, eine seitliche USB-Ladestelle sowie auch zwei Getränkehalter. Und zu guter Letzt handelt es sich wie schon erwähnt um auch das günstigste Modell im Vergleich. Kein Wunder, dass es sich auch um den Bestseller in diesem Video handelt. Mehr Infos zu diesem elektrischen Liegesessel erfahrt ihr aber auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Das Modell aus der nächsthöheren Preisklasse, das wir euch vorstellen wollen, ist der Max Vitalis Shiatsu Sessel. Dieses Modell verfügt ebenfalls über eine elektrische Liegefunktion, aber auch hier wieder über verschiedene Massagearten und Programme. Zwischen sechs verschiedenen Massagearten und auch sechs verschiedenen Programmen kann man hier auswählen. Zudem kann man auch hier wieder eine separate Wärmefunktion dazu schalten. Diese Einstellungen werden über die große Fernbedienung, die hier mitgeliefert wird, möglich. Hier kann man das Modell auch super einfach absenken und anheben. Besonders ist hier, dass man separat das Rückenteil und das Fußteil voneinander ansteuern kann. Apropos Fußteil, das Besondere an diesem Modell ist noch, dass dieses Fußteil die Beine, Waden und auch teilweise Füße mit einschließt und so für eine wohltuende Ganzkörpermassage garantieren kann. Vor allem ist dieses Modell aber auch sehr stark verarbeitet und unserer Meinung nach auch optisch sehr, sehr ansprechend. Auswählen kann man hier zwischen drei verschiedenen Arten von Kunstlederfarben und auch einer Stoffvariante. So kann man das Modell super nach seinem eigenen Geschmack und auch an seine Inneneinrichtung anpassen. Egal für welche Farbe oder Materialart man sich entscheidet, der elektrische Liegesessel von Max Vitalis überzeugt durch eine sehr hochwertige Verarbeitung und vor allem extrem starke Polsterung. Man hat hier ein sehr angenehmes Liegegefühl, was zusätzlich noch durch die zwei großen Kopfkissen verstärkt wird. Mehr Infos zu diesem elektrischen Liegesessel über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell erfahren oder dieses auch bei Interesse sofort bestellen. Bleibt nun aber auch gerne noch bis zum Schluss dran, denn als letztes möchten wir euch noch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich hier um den elektrischen Liegesessel des Herstellers Cavador. Das Besondere an diesem Liegesessel ist, dass er nicht nur in vier verschiedenen Farben, sondern auch noch in verschiedenen Größen von S bis L und auch in verschiedenen Ausführungen, was die elektronische Ausstattung angeht, erhältlich ist. So kann man das Modell beispielsweise nur mit der elektrischen Liegefunktion bestellen oder es auch beispielsweise mit einer elektrischen Aufstehhilfe bestellen. Massagefunktionen oder eine Heizfunktion sind bei diesem Modell allerdings nicht dabei. Es handelt sich hier lediglich um einen elektrischen Liegesessel, allerdings kann das Modell durch die verschiedenen Verstellbarkeiten überzeugen. Verschiedene Ansteuern lassen sich hier die Rückenlehne und das Fußteil, aber zudem auch noch das Kopfteil. So kann man den Sessel sehr individuell an den eigenen Körper und die eigene Lieblingsliegeposition anpassen. Eine weitere Funktion mit der auch nur dieses Modell überzeugen kann, ist die 360 Grad Drehbarkeit. In Kombination mit der komfortablen Wellenunterfederung des Modells hat man hier ein sehr angenehmes und praktisches Liege- bzw. Sitzgefühl. Man kann sich mit dem Sessel so drehen, wie man es gerade möchte bzw. zu dem Punkt im Raum, der gerade die Aufmerksamkeit erfordert. Optional ist dieses Modell sogar mit einem Akku erhältlich, sodass man es komplett freistehend ohne einen kabelgebundenen Stromanschluss benutzen kann. Beim Cover-Door-Sessel handelt es sich, wie wir finden, um ein sehr interessantes Modell, welches wie gesagt mit unzähligen verschiedenen Variationen und Ausführungen bestellt werden kann. Mehr Infos zu diesem elektrischen Liegesessel erfahrt ihr aber über den dritten und letzten Link in der Videobeschreibung.